hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge andead horde wir versuchen jetzt gerade hier bisher alles zu 1 uhr zwei riesen sogar zwei riesen sind übel aber zum glück kann ich vergiften also riesen könnte ich auch noch mitnehmen so langsam fallen die erste schon und da haben wir noch sphäre gerät schade ich kann mir jetzt noch carry so hole follow me aber okay der eine ist jetzt ich sag mal bald kaputt das haben wir hier ok hat einen nahkampf schaden plus 10 naja das war ein besser sorry aber dass die sphäre die kann man mitnehmen die braucht die wäser wasser turi was weiß ich kann man das nicht merken aber unsere wirft ihr zurück an der boxe sollten alle aber ich habe jetzt schon mal zwei riesen hörst du auf mit steinen um mir zu werfen und gar nicht riesen statuer freigeschaltet jetzt werden wir schon mit drei riesen rum aber einer ist ja bald hinüber so wie ich die sache so leben sieht noch ein bisschen gut aus genau holt euch das gebäude weil das gebäude will ich auf jeden fall ich habe dann wohl nicht mehr dann holen wir noch ein paar mal ein riesen ist jetzt schon genug mann 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 kann mann 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 kann mann mann euch mann mann ich mir jetzt klein nur das doch kommt nichts mehr raus wenn ich die jetzt kaputt habe dann ich brauche nicht laufen die mauskaste zu drücken kann ja einfach halten kommen noch ein paar skorpion dazu die haben das jetzt mit dem griff so wieviel gebäude haben wir dann noch wie viel hier in der helfe können noch fünf gebäude 27 truppe ich würd mal sagen ich hole mir dann noch ein paar jungs so hier war doch irgendwo genau das ist jetzt fies doch sieht man kann die linie richtig macht das motto kaputt ich finde das so bisschen doof dass es durch steht ja das ist das fällt doch gut der riese haut einen schaden aus das ist seine plan hier so was haben wir dann hier feines deutsch was der macht zepter der explosion nö sind sie ist pille palle das ist auch zu wenig schade gehabt alles geld doch können wir noch ein paar so da müsste jetzt irgendwo über turm stehbar die kombination ist riese dabei als fernkampf kann ich ja ich kann jetzt fall mal ein paar einheit zu viel das ist mir nicht so geheuer ich komme ja mal zingeln sie oh ne warum kann ich dich jetzt achten oh fu 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 weg 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 pfui das ist ein bisschen hart gut ich irgendwo irgendwo in der nebel war nur noch ein riesige lege ich hab doch noch hier irgendwo riese gehabt keine riese lösen die sich jetzt mittlerweile auf oder was kann ja wohl nicht wahr sein dann nehme ich halt die hier mit ja ich nix auf kenne ich nix da gehen wir drüber weiter das komme ich mir jetzt so da pimpen wir ein bisschen hab das gebäude geht auch gleich kaputt es fallen so viele kenne ich mir noch ein paar zack zu viele pogerschütze die nicht mehr können wir noch ein paar skorpionen in haue und dann beleben mich noch hier ein paar jungen so von ihnen zu werfen holen wir noch ein paar skorpionen dann schnitzle ich mich durch die reihe oder so gebäude das letzte gebäude wird uns auf die gegend auch nicht schlecht also skorpione sind verkehrt aber ich glaube wenn ich irgendwas anderes nehmen kann werde ich das tun so ich will jetzt aber erstmal zurück nicht böse aber ich will mal nach hause mal gucken ob ich doch was anderes machen kann weil ich habe mir gesehen eine waffe waffe ist gut bei mir halt das war zauberstab genau so was haben wir dann hier ursprüngliche zepte des schutzes ich kann doch hier doch ein bisschen frisch oder kommen aber ein paar prozent drauf so was haben wir hier unten stehen wo so weiter und es ist anfeuer oder ist aber teuer mit meiner starb des knochen reißen und den nehme ich mal mit den nehme ich mal mit der ist zwar teuer aber ein nimmer mit falsche taste so dann gibt man die anworte total domination completed ein passender zusammen hier meine belohnung ok was ist das macht das jetzt chicken ein märkwürdiges amulett das mit einem hühnerkopf verziert ist angriffstempo von tieren 30 prozent tierschaden plus ich weiß nicht ob ich das da nennen wir lieber die kohle so was haben wir dann hier das waren die amulette mana regeneriert schneller ich glaube das ist was was ich gebrauche könnt mehr mana mehr schneller ist mehr toll was haben wir hier vier ringe überragende ring der verzehren das kadaver in der nähe verzehren um die einheit guter ring das durchschlagskraft auch nicht schlecht dann könnte man eigentlich noch ein bisschen pimp oder was haben wir jetzt hier beeilen was ist äh vampire dann kann man mitnehmen block ja komm ich probiere mal das verzehren aus mal gucken wie das ist wenn es nichts ist können wir es immer noch tauschen also den tauschen wir aus geht besser und dann nehmen wir das verzehren den hebe ich mal auf falls nichts ist zauberstab habe ich da bin ich gespannt wir können ja hier abgehen ja wir haben hier ein gebiet eine axt wo ich leider nicht anziehen kann weil ich noch zu klein bin meh 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 naja so wir müssen ja hier lang glaube ich warte oder können wir kann ich überhaupt schon hier rein nee das heißt ich muss hier unten rum denke ich ja gehe schon von aus das können wir gleich mitnehmen das wird ja sowieso aufgeladen wenn wir wieder zurück kommen das land wie mein wer bist dann du ur bone 2 wie schön dich hier zu erheilen das heiligen land zu sehen oder blablabla blablabla ok olé oh du hast noch ein paar sachen wo ich schon ein bisschen drin ne war leider nichts drin das ist ein bisschen doof was haben wir da hinten raus bis jetzt zu viele ritter ah ok das ist das ah ja gut reinhauen tun sie schon mal aber ich kann mich schon mit dem mitnehmen ich habe ein knochen heute hü jahre rau und hier schätze einen schlüssel ein schwert die haben jetzt aber also ich muss ganz ehrlich sagen so stark wie ich mir die ritter vorgestellt habe sind die gar nicht so ja holt sie euch ist es nur einer oder was ist ja ein bisschen doof komm hier ah ok da kommen die restlichen da kommt der Rest das läuft nicht gut ok jetzt rekrutiere ich ein paar ritter bitte ja aber wie gesagt ich finde die jetzt nicht so überragend die ritter ganz ehrlich wir sind cool also ritter sind halt immer cool komme ich hier rein ja ich habe das schlüssel dann hol ich mir ja einfach mal echt die jungs oh oh oder auch das amulett hol ich mir mal ein paar ritter schön naja klar ich hab dir das schon mal gebürt ich nicht mehr an als du ja hier du bist du hast du ja naja was macht die dort da fehlen mir doch noch ein paar kommen wir erst mal aus um alles platt skorpione sind immer gut ja kommt okay dann mache ich nur das riesige bäude an sich ist kaputt es wird wahrscheinlich das beste sehen wenn ich das riesige bäude an sich zum lynch weil ich weiß nicht ob das so schaffen wie ich mir das vorstelle wir halten so gebäude aus das war glaube ich mal letzte ich habe nicht mal ein gebäude kaputt gekriegt wie traurig ist das das wird auch wieder repariert wenn ich da dran bin bei mann überlegt wie kann man das am blödsinn nicht da machen die riesen krieg ich so nicht einfach down und ich muss ganz ehrlich sagen das fressen ist nicht so toll also nehme ich lieber mal rüstung wieder mit mana ist gut desto können wir schon verkaufen das verkaufe ich auch das macht mir schade einheiten treffer punkte 15 haben wir noch irgendwo hier herum stehen genau hier haben wir noch ein paar die nehmen wir doch gerne mal mit so jetzt haben wir ein paar zosse da wo waren auch noch ein paar kann ich die auch noch mitnehmen da hätte ich wünschen es zwei mehr so ja da ist doch noch mal einiges sollte ich dann eigentlich voll sind wenn ich die mitnehmen oder so sieht doch schon mal gut aus jetzt können wir mal versuchen die riese kaputt zu machen also ein riese müsste mindestens falle das schon übernehmen kann weil wenn ich schon übernehmen dann habe ich nämlich bessere chance aber die sind natürlich alle zusammen vielleicht kriege ich wünsche das gebäude kaputt das gebäude will ja gar nicht aber ich kriege riesen ich kriege noch riesen kaum noch ein riesen kriege ich noch jetzt kommen schon so jetzt kommen schon die riesen raus rise and obey so aber den riesen habe ich schon mal den hole ich mir jetzt auch noch so kriege ich den auch noch hätte ich schon mal drei riesen wo wir es aushalten die truppen aber gut weg oh gott komm erst mal ein bisschen weg mit drei riesen so jetzt können wir das koordinierte angeht das so holt noch ich hörst du auf mich zu werfen so du bist jetzt für gift stirbt auch so ist abgehst gebäude wenn es gibt gas ich will das ding kaputt haben es bringt nichts dringendem oder auch schluck kaffee was hatten der vier ecke wurft ruf gott sei dank das war jetzt schon der erste das heißt doch kommen jetzt keine riesen mehr raus jetzt haben wir drei riesige drei riesen und mich okay mein gift ist ja auch noch so ich um tänzle euch stechen wie eine biene tänzeln wie ein schmetterling und stechen wie eine biene ich spielte das ding ins auge und blende dich das war ein bisschen verkehrt das geräusch mag ich gar nicht die sirene heißt dass da nämlich riesen raus gemäß aber mehr haben die riesen ich bin am gebäude dran ja komm herr skorpion helfe bis mit gleich mal ein bisschen kuscheln die jungs und das gebäude geht drauf das wird dann das zweite gebäude wo mich schläft aber diese machen es nicht mehr lang da kommen jungs bis der helden raus oder da kommt noch ein riesen raus okay hier liegen so viele kurde riesen jetzt ja dann hole ich mir jetzt eine so kann ich das ja knochen wand sollten eigentlich einheiten drinstehen und ich hab nicht mit manner die manner in der nation lässt dir bis jetzt die wünsche über euch aber okay das zweite obbe der eine stirbt jetzt gleich aber ich will zuerst das gebäude kaputt kriege ach fuck lass doch das gebäude dann gut sind ich brauche wieder riesen so komm du kriegst jetzt von mir aufs maul ja du hast den komo gesehen ich hab's richtig auf die fresse aber ich krieg auch gerade bis aufs maul aber okay den riesen krieg ich noch auf jeden fall kaputt das ist doch sag ich doch die jungs haben aber gut zu tun komm das gebäude aber schnell mach doch das gebäude kaputt wenn das gebäude kaputt ist kommt kein weiterer riesen mehr das heißt praktisch die riesen wo jetzt da ist können wir dann kaputt machen das ist das problem wenn man mit kopflose arbeiten muss das sind alles noch gebäude so gucken wir mal schnell was mit dem inventory haben nö das ist blödsinn das verkaufe ich jetzt auch guter ring der durchschlag ist kraft den probiere ich mal aus der zeit nämlich günstig aus stafelverzweiflung können verkaufe chickenstab können was verwandeln hebe ich mir aber auf ich glaube der hier der ist im moment besser scheiß rund drauf so 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 habt ihr gebäude so habt ihr gebäude mann ich muss mehr äh 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 o gut dann holen wir noch skorpionchen dazu das helft mir ein bisschen so das war das nächste böse gebäude ist schon wieder riesen gestorben Na komm, du gehst jetzt kaputt. Aber wenigstens droppen die Riese immer was. Ob es Kohle ist. Oder gut XP. Ich wollte ja mal die 2 ausprobieren, gell? What the heck? Da haut er noch nur schade raus dann. Oh, ein Riese ist wieder gefallen. Oh, was lilan ist. Ich muss gucken, dass ich mir genug Mana hole, dass ich mir noch ein 2. Oh, die Riese packen das noch alleine. Gleich mal ein bisschen mit. Vergifte. Nerven. Das sind nur noch 2 Riese. Da kommt, ich kann dich mal ein bisschen vergiften. Da bleibt ein ausgewogener Kampf. Und komisch, Männer. So, die anderen sind alle gut angehauen. Die kennt mich jetzt nicht nette. Riese sind so klasse. Die sind zwar lahmarschig, ich muss ja sagen, aber die haben halt ein Riese-Schadenspotenzial. Jetzt geht das Gebäude aber mal runter. So, wir haben noch 2 Gebäude hier und 2 Gebäude drin. Aber wir haben es jetzt gleich kaputt. Oder ich habe für eine Raube neues Zeug gekriegt. So, da unten ist noch eingebaut. Oh, André. 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 Und dann vergiften wir mal André. Und vergiften wir Ammo. Und dann haben wir mal dann nicht genug Mana. André, lass ich aber nicht lange vergifte. Jetzt halt gleich. Hat er aber nicht viel gefunden jetzt. Aber okay, Marise sind gut. Und der André nimmt mich mit, wenn der Riese von mir stirbt. André. Riese mit Namen André. War nicht schlecht. Fällt da nur noch, dass einer kommt und er ist Babel. Komm, ihr werdet doch denne wohl noch schaffen. Boah, ne. Die kacken doch dann weiter so ab. Wurden ist wirklich kacke. Alter, was hat dann der drauf? Ja, geht doch. So, jetzt guck ich mal, ob ich André noch etwas drehe. Und ich hab André. Boah. André, mach was. Ein Herz des Riesen, okay. Ich muss am Gebäude stehen bleiben, dass da kein Neuer kommt. Aber der mir jetzt noch so in die Rind zwibbelt. Ja, jetzt geht's doch. So, André, dann zeig mal, was du drauf hast. Ich will du haben, dass das Ding doch kaputt ist. Kann ich das Skorpion doch auf der Stachel nehmen? So, aber leider nicht aufgepasst. War mir ein bisschen mehr engere Folge. In diesem Sinne, haut rein, genieß den Tag und tschuuhu.